Bis zu meiner Haut, also auf jeden Fall alles, was ist blond, ja. Ich kann Ihnen mal zeigen, wie viel ich habe gehört. Also, so? Nein, das ist nicht alles, ich sage, dass alles, was ist blond, das sehen Sie nicht. Nein, ich kann Ihnen mal erstmal die Spitzen schneiden und Sie sagen dann ja oder nein. Ja, aber ich denke nur Spitzen, das ist total verlorene Zeit. Nein, wir sind schon ziemlich total langweilig und viel, viel zu lang. Nein, was ist viel, viel zu lang? Du machst keine Platze, nein, ich werde der Frau das aus der Hand reißen. Juck mich nicht. Jetzt mischt sich jemand, ne, Inga? Ja, also ich kann Ihnen erstmal zeigen, wie viel ich schneiden würde. Also, ich würde dann nur die Spitzen hier. Nein, also das ist... So viel? Nein, das ist definitiv viel zu wenig. Ja, das ist definitiv sehr, sehr, sehr gut. Also, ich meine wirklich, da müssen Sie... Möchten Sie mir das zeigen? Mindestens. Möchten Sie mir das zeigen? Wie viel? Ja, sehr gerne. Also, normalerweise wirklich so gehen. Was? Weil sonst... Ja. Nein, 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 nein. Definitiv also... Entschuldigung, Entschuldigung, Sie heißen Sie. Ich sehe das so. Gucken Sie. Einfach so gehen. Nein! Nein! Nein, nein, nein. ... Ich bin ein Widerspruch, aber einfach... Ich bin ein Widerspruch. Ich bin ein Widerspruch. Ich bin ein Idiot aus. Ich bin ein Widerspruch. Ja, so ist es perfekt. Ja, dann machen wir die Karte. Schau, schau. Oh ja, alles gut. Haben Sie einen anderen? Guck mal da in diesem... ...so erfrischen, dass wir hier anfangen. Also, ich fand es ehrlich. Wir schilden Sie eine große Umgebung, also zu hoch und zu schilden Sie die Einzelnen? How muss ich meine Beine auf ein Zeichen und von der Erkraelin? Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank.